Er ist ein vollautomatischer Rasenmäher und benötigt nur sehr wenig Aufmerksamkeit und wenig Wartung. Was die Rendite angeht, kann ich sagen, dass sich die Investition in den Roboter in nur drei Jahren amortisiert hat. Ein besonderes Merkmal von Mährobotern ist, dass durch das Mölschen der Boden natürlich angereichert wird. Unser Fährt immer tagsüber, unabhängig vom Wetter, Wind oder Regen, kein Problem.